Hallo, wir sind der Kurs 1821 der Helios Kliniken Mittelweser. Und heute startet unser Projekt Schülerleiten eine Station. Hallo, ich bin Batul. Hallo, ich bin Marie. Das Projekt Schülerleiten eine Station findet dieses Jahr auf der Geriatrie in Stolzenau statt. Das Projekt wird jedes Jahr gemacht und wird angeleitet von der Schule und von der Klinik selbst. Für uns ist es sehr, sehr gut, da wir sehr viel lernen können für das Examen und wissen dann schon mal, wie es später läuft. Das Projekt startet mit der Übergabe des Frühdienstes. Hallo, ich bin Anja Achilles. Ich bin die Kursleitung des Kurses 1821. Wir Lehrer sind im Hintergrund, genau wie die Praxisanleitung und jeweils eine examinierte von Station, damit die Sicherheit der Patienten auf jeden Fall gewährleistet ist. Denn die Schüler leiten die Station selbstständig. Ich bin die Stationsleitung. Ich erzähle ganz kurz, was wir hier alles machen. Wir übernehmen ganz normal die Station, wie es der Alltag so gibt. Wir machen alle Schichten, auch die Wochenenden, für zwei Wochen. Es fängt an mit der Körperpflege, mit der Versorgung der Patienten, der Beschäftigung, aber auch der Hilfe bei der Nahrungsaufnahme. Ich als Leitung musste zusätzlich auch noch die Dienstpläne schreiben und bin immer der Ansprechpartner für jede Frage. Wir hoffen, ihr konntet einen guten Einrichtung bekommen und wir freuen uns auf das Projekt. Danke! Tschüss! Tschüss!